Ein neuer Betrug mit Kryptowährungen aufgedeckt. In diesem Video zeige ich dir eine ganz perfide Masche, die die Leute heutzutage nutzen, um ahnungslose Investoren abzuzocken und wie du ganz einfach erkennen kannst, ob ein Investment ein Betrug ist oder nicht. Wir haben neben unserer Investment Academy ein zweites Angebot, das wir bereitstellen, und zwar Hilfe bei Kryptobetrug. Das heisst, wir unterstützen Leute dabei, die betrogen wurden und in diesem Fall auch Kryptowährungen involviert waren, helfen wir ihnen, den ganzen Fall aufzuarbeiten und unterstützen sie dabei, einen Teil, oder hoffentlich den ganzen Teil ihres Gelds zurückzubekommen. Ganz ehrlich, das ist nicht immer einfach, aber man sollte nicht aufgeben und den Betrügern einfach frei alles erlauben, was sie da sozusagen im Internet abziehen. Doch grundsätzlich hat das Ganze, was wir heutzutage sehen im Internet, nichts per se mit den Kryptowährungen zu tun. Es werden einfach Kryptowährungen benutzt, weil es heutzutage einfach einfach ist, die Leute damit zu ködern und sie in ein gewisses Betrugssystem reinzuziehen. Was meine ich konkret damit? Wir sehen oftmals in den Gesprächen mit unseren Kunden, die sich bei uns melden, die auf einen Betrug hereingefallen sind, dass es oftmals die gleichen Schema sind und die gleichen Vorgehensweisen. Und gerade bei den Kryptowährungen klingt das alles so neu, so modern. Da gibt es viele dieser Bullshit-Bingo-Wörter, sage ich immer wieder. Da wird irgendwas mit Wallet, Blockchain, Bitcoin und viel Geldrendite ineinander gewürfelt. Dann kommt noch ein bisschen künstliche Intelligenz hinzu. Und alles klingt so spannend und super interessant, dass die Leute dann glauben, okay, das ist die Renditechance schlechthin, was die mir erzählen, das ist ja die Zukunft, aber verstehen gar nicht, was diese Betrüger ihnen alles so hinschmeissen und oftmals eigentlich gar keinen Sinn macht. Und das haben wir natürlich früher gesehen mit dem nigerianischen Prinz, wo sich plötzlich so ein nigerianischer Prinz bei dir meldet per E-Mail oder den CEO-Fraud, den CEO-Betrug, wo eine Mitarbeiterin eine Mail angeblich vom CEO bekommt und plötzlich ganz, ganz schnell eine Rechnung auslösen muss. Oder den Enkeltrick, kennst du vielleicht auch noch. Das sind alles Betrugsmaschen, die mit der Zeit natürlich gehen. Und aktuell sind immer mehr Kryptowährungen mit im Spiel. Wie gesagt, das hat nichts per se mit den Kryptowährungen zu tun, ist einfach ein Zeitgeist sozusagen, weil es die Leute interessiert, weil es ein neuer Markt ist. Den viele noch gar nicht verstehen. Und genau mit dieser Unwissenheit, die wird natürlich dann bewusst auch ausgenutzt. Ich zeige dir jetzt ein ganz, ganz perfides Beispiel, das du auch für dich als Beispiel nutzen kannst, um zu überprüfen, gibt es rote Flaggen bei einem Investment oder nicht. Weil wir sehen auch immer mehr, dass diese Betrüger Werbung schalten. Werbung in den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram und so weiter. Ein Beispiel ist, oftmals startet es mit einem Investment, mit 250 Euro oder Dollar, wo dann die Betrüger sagen, investiere einfach diesen kleinen Betrag und du wirst relativ schnell eine hohe Rendite bekommen. Das kann ein Kaffee-Investment sein, das kann ein automatischer Trading-Bot sein. Aber wir sehen immer mehr diese Werbungen. Jetzt gibt es aber noch eine perfidere Stufe mehr und die möchte ich dir hier zeigen. Ich habe hier eine Werbung, die haben wir gespeichert, die du hier siehst, von einer Firma, die heisst Air Funds. Die ist auf Facebook gelaufen und auf Instagram. Sie ist nicht mehr aktiv, aber wir haben sie einfach als Beispiel, wir sind super zuvor drauf gestossen. Und hier sehen wir im Text, Sie haben ihre Kryptovermögen verloren und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Wir von Recover Funds können ihnen helfen, ihr Vermögen zurückzubekommen. Unsere Experten-Team verwendet modernste Technologie, um verlorene Gelder aufzuspüren und wieder zu erlangen lassen. Blablabla, ein schönes Bild, das seriös wirkt und so weiter. Das heisst, diese Firma hier, die erwerbt damit die verlorengegangenen Kryptowährungen, das Geld, was man investiert hat und von den Betrügern abgezogen wurde, dass man das zurückbekommt. Also das ist genau das, was wir ja unserem Service auch anbieten. Im ersten Schritt denkt man, okay, ja, schaut seriös aus und ist ein wichtiges Thema, oder? Wir sind ja mit unserer Firma in der Schweiz unter dem Finanzdienstleistungsgesetz. Wir stehen hin mit unserem Namen. Das heisst, jeder, der zu uns kommt, weiss auch, was er bekommt und dass wir definitiv keine Betrüger sind. Wir können auch vorbeikommen im Büro und so weiter. Also wir stehen voll transparent hin. Und das ist schon mal ein erster Punkt, den du analysieren musst und das machen wir jetzt auch gemeinsam. Weil die Ad ist dann auf diese Webseite hier gekommen und dann kann man hier mal auf Kontakt gehen, weil ja, man will ja schauen, mit wem hat man es dann schlussendlich zu tun. Und dann kommt man hier auf die Kontaktseite, scrollen wir mal ein bisschen runter und was sehen wir hier? Kontaktmail support at agencyinformation.com Okay, agencyinformation, okay. Und dann hier plus 41335333509. Also angeblich plus 41335333509. ist ja die Vorwahl für die Schweiz. Das heisst, diese Firma ist angeblich in der Schweiz zu Hause. Da können wir mal diese Telefonnummer überprüfen. Es gibt in der Schweiz dieses Telefonbuch hier. tellsearch.ch Kann man mal die Telefonnummer eingeben. Mal schauen, findet man hier was? und nein, man findet nichts. Hier, wenn man ein bisschen zurückgeht, dann kommt irgendwie was. Schaut alles nicht danach aus, dass das irgendwie gleich ist. 5, noch eine 0 hinten dran. Was kommt hier? Ein Eintrag. Währenddruck. Definitiv nicht Recovery Funds. Das ist schon mal eine erste rote Flagge, weil die Firma hilft dir dabei, etwas zurückzuholen. Und die Telefonnummer ist nicht im Telefonbuch. Schwierig. Aber muss nichts heissen. Aber da kann man schon mal so überprüfen. Aber plus 413 in der Schweiz. Dann können wir hier runter scrollen. Dann schauen wir am besten mal, ob es ein Impressum gibt. Ein Impressum ist ja Pflicht in Europa auch, dass da ganz klar auch beziffert wird, wem diese Webseite gehört. Sehen wir hier Impressum. Sehen wir nirgends. Das ist definitiv schon eine zweite rote Flagge, weil man nicht weiss, wer steckt jetzt wirklich hinter diesem ganzen Service hier. Dann steht hier, wir sind sehr stolz auf unseren hervorragenden Ruf, auf unser Engagement, unsere Kunden, Service Support auf höchstem Niveau. Aber man findet eigentlich nirgends etwas, wer wirklich dahinter steckt. Also völlig sinnlos. Ganz ehrlich gesagt. Dann scrollen wir mal hoch. Gehen wir nochmal auf die Startseite. Weil hier oben steht mal so weit. Jetzt holen sie verloren Kryptogeld mit unserer Spitzentechnologie zurück, oder? Ja, ja, klar. Und kann man das mal durchlesen. Okay, so durchscrollen. Sieht alles mal auf den ersten Blick vernünftig aus. Und hier aber direkt im Titel Untersuchen durch Experten zu Kryptowährungsbetrug und irgendwas Betrug. Also im Titel drin sozusagen ein riesen Schreibfehler. Muss es nicht heisst. Jeder macht mal Fehler. Aber ja, schon mal so okay. Schaut da niemand drüber, oder? Ist das wirklich... Ja, sind die Texte auch... Machen die Sinn? Kann man das Ganze hier mal durchlesen? Jetzt scrollen wir mal ein bisschen runter. Das finden wir hier. Erlangen sie verlorne Kryptogelder zurück. Spitzentechnologie gekennzeichnet. Blablabla. Können sie schreiben, was sie wollen. Hier kommt dann. Unsere Erfolgsquote liegt bei 100%. Und wir haben es nie versäumt, einen einzigen Cent von unseren Kunden zurückzuerhalten. Das heisst, sie haben 100%ige Erfolgsquote. Und das kann ich dir sagen, das ist einfach Bullshit. Aus eigener Erfahrung weiss ich ganz genau, wie schwierig das ist, etwas zurückzuholen. Es ist ein langwieriger Prozess. Den kann man beschleunigen. Es ist auch das, was wir anbieten zum Beispiel. Aber 100%ige Garantie, dass du immer alles zurückbekommst, vergiss es. Absolut nein. Keine Chance. Und hier schon mal, wenn dir jemand eine Erfolgsquote von 100% zusichert, nein. Dann hier, ein Kunde, Recovery Funds, Lebensretter für mich. Trächtliche Menge zurückgeholt. Vielen Dank. Brian. Brian B. Sieht der hier aus wie ein Brian. Ich gebe dir einen Gratistipp. Hier gehst du mal rauf und Grafikadresse kopieren. Gibt es hier ein Tool, Tiny Tool. Kannst du das reinposten. Und dann schaut dieses Tool nach den Bildern, kommen die sonst irgendwo vor und dann sehen wir hier direkt Shutterstock. Shutterstock bedeutet, Leute, das ist eine Plattform, wo du Bilder bekommst. Und schauen wir mal weiter. Hier ist Adobe Bevented, irgendeine andere Webseite bei Filmy Productions. Also sehr, sehr viele Webseiten. Ist hier der angebliche Brian aktiv? Und das ist schon mal eine weitere rote Flagge, wo du einfach sehen kannst, das sind irgendwelche zufälligen Fotos. Gehen wir hier mal weiter. Hier ein weiterer Kunde, Marin J. Wer auch immer Marin J. ist. Und der Text ist auch genau der gleiche, wie der vorhin. Also wieder der gleiche Text, andere Person. Grafikadresse kopieren. Schauen wir mal hier rein, ob wir hier was von Marin J. finden. Aber rote Flagge ist nur schon gleicher Text, andere Person. Und auch hier kommt wieder, er ist überall irgendwo verfügbar. Also das sind alles Fake-Bewertungen. Können wir noch ein bisschen weiter runter scrollen. Hier. Unsere zufriedenen Kunden. 8.460. 810 Projekte abgeschlossen. Und hier erfahrenes Zeug, was auch immer erfahrenes Zeug ist. Wieder ein Schreibfehler oder keine Ahnung was. Laufende Projekte. 2.125. Wir haben massiv viele Projekte am Laufen. Über 8.000 zufriedene Kunden und 100% Rückgabegarantie. Ich kann dir sagen, das ist einfach Nonsens hier. So viele Projekte parallel am Laufen haben, das funktioniert gar nicht. Das ist ein Aufwand, den du betreiben musst. Das kannst du gar nicht abdecken. Und dass so viele Personen sich bei dieser Firma melden, ist jetzt für mich nicht wirklich schlüssig. Und wie gesagt, 8.460 Kunden, ja vielleicht sind sie die beste Firma der Welt, die alle Kryptowährungen bei einem Betrug involviert sind, zurückholen. Kann ja sein. Aber diese Zahlen würden mich auch stutzig machen. Und eben dieses, was ist hier dieses erfahrenes Zeug hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Jetzt spannenderweise, wenn wir hier auf der Startseite sind, nicht mehr auf der Kontaktseite, dann findest du hier unten wieder die Telefonnummer. Und plötzlich ist die Adresse hier drin. Und die sitzen angeblich in Berlin. Obwohl die Telefonnummer vorher plus 4.1 war, für die Schweiz, ist es jetzt hier, also zwar immer, also ja, wahrscheinlich hier nur 33, keine Ahnung, was das für eine Telefonnummer hier sein soll, aber passt irgendwie auch nicht zusammen. Vorher irgendwie Schweiz und jetzt hier irgendwie Berlin. Aber schauen wir doch uns mal diese Adresse hier an. Das kannst du auch ganz einfach überprüfen. Wenn wir mal Google Maps schauen wir mal, das ist auch immer wichtig, dass du das einfach mal überprüfst, woher ist diese Person, respektive die Dienstleistung. Geben wir das hier oben ein. Wer sitzt hier? Können auch mal danach googeln. So suchen wir mal diese Strasse. Und hier sitzt Wohnenstrasse 37, ist es wirklich? Habe ich das jetzt eingegeben? Wohnenstrasse 37 in Berlin. Da sitzt das Bundesministerium für Justiz in Deutschland. Das heisst, sie haben die Adresse angegeben, das Bundesministerium der Justiz in Berlin. Jetzt kann man sagen, entweder sind sie so frech gewesen und machen hier einen Witz daraus oder sie wollen hier suggerieren, dass wir ja beim Bundesamt für Justiz unseren Sitz haben und deshalb sind wir super seriös. Kann auch sein. Aber das ist super strange hier. Und angeblich gibt es hier noch eine Finax-Lösung und hier ein Guri-Crypto. Das sind wahrscheinlich alles auch irgendwelche Abzockerfirmen, ohne jetzt das Detaillierte anzuschauen. Aber ich habe dir jetzt hier mal gezeigt, wie du ganz einfach über die Personensuche, über die Kundensuche, über Schreibfehler, über Impressum, über Kontakt und so weiter, dass du das einfach mal selber überprüfen kannst. Macht das alles Sinn. Und hier kommt einfach dein gesunder Menschenverstand zum Zuge und schalte die Gier ab. Die Gier, die dir Geld verspricht. Wenn du sowas siehst, dann müssen alle Alarmglocken läuten und spätestens dann musst du definitiv das Geld stoppen, wenn du was überweist oder den Kontakt abbrechen. So aus Erfahrung heraus weiss ich auch, wenn du in mittleren, höheren, fünfstelligen Summe oder im sechsstelligen Bereich sogar Gelder verloren hast in einem Betrug, ab dieser Größenordnung lohnt es sich auch wirklich aktiver zu werden, so hart das auch klingt. Sagt es mal, wenn du im vierstelligen oder tiefen, fünfstelligen im Bereich hast, dann ist es aus meiner Erfahrung so, dass weder die Behörden gross aktiv werden oder auch die Zusatzkosten, die auf dich zukommen, falls du einen Anwalt brauchst und zwar dann nicht im Verhältnis stehen mit einem Betrug. So hart das klingt, dieses Geld musst du dann mit Grosswahrscheinlichkeit abschreiben. Aber wenn du Unterstützung suchst, kannst du gerne auf uns zukommen unter Hilfe bei Kryptobetrug, da können wir mir mal ganz spezifisch deinen Fall anschauen, wie der ausschaut und wie wir dich überhaupt hier unterstützen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.